Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Auflösenmarsch. Wir verkaufen aktuell Stroh über Kursplay. Das ist jetzt ein Versuch in der Hoffnung, dass es besser läuft. Der andere Kurs war beim Einladen leider nicht so optimal. Weil er zu schnell durchgefahren ist, denn praktisch nichts aufgelandert. Und versuche das ein bisschen besser zu machen. Brauch zu finden, wo er gelegen haben könnte. Ich gucke gerade wegen der Schwierigkeit. Lieber einfahren. Das sieht ganz gut aus. Bis jetzt. Plan hat er gut. Abladen ganz ordentlich. Aber halt auch zu funktionieren. Die Speicher von Grafik ist ja nur die Hälfte. Die Speicher von Grafik. Der 3D-Bund ist recht hoch. Verkauf hat er auch. Alles. Super. Wir werden mal speichern. Geht aber nur, wenn wir. Aus haben. Das heißt. Theoretisch. Wir werden mal. Lassen. Dann können wir den alten Kurs löschen gleich. Gleich neu speichern. Ja nicht mit D. Stroh. Ja. Auf. Hof. Kilo. Heiz. 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 Kraft. Heiz. Na gut. Mehr geht nicht. Weichern. Einstellen. Ja. Guten Tag. Na ja. Gut. Wird heute noch reichen. Pflügen ist fertig. Und das Bissen kann man vernachlässigen. Gut. Mal schauen, wer da ist in den Ecken. Geile Streifen hier. Geile Streifen hier. Gehen wir halt noch. Andere V-Leicht. Geẹut. Gehen wir etwas mehr Wasser. Gut. Aber da vorne fällt einfach so. Klar, wenn ein Ausgewicht ausgelegt ist, dann kompliziert nichts. So, schon mal ganz gut. Ich fühle das Glas weg. Schauen wir mal in die Ecke. Ja, erstellen kann ich mal lassen. Dann geht es hier auf die Straße. Drehe mal ganz kurz. Wow. Hier ist gar nicht so viel Platz. Hier kann man nicht so lassen. Hier durch. Hier kann man so viel Platz sein. Das ist okay. Bei viel mehr außen vielleicht würde ich gerade nicht gehen. Es gibt nur Schwierigkeiten mit dem beim Mähen näher. Da kann man nach vorne die nächste Kurve. Ein bisschen mehr ausheizen. Ob man mit der Stroh aufklappt. Das ist auch nicht so tragisch. Bitte mal hier, dass die Bestammlung näher läuft. Dann gehen wir auch ein bisschen. Außen angreizen. Bei der Stellen tut mir nichts. Na. Übertrieben. Der Deichkopf wollen wir nicht nehmen. Ah, Strohverkauf. Das klappt jetzt. Gut. Ist auch gespeichert. Ich will jetzt mal erfolgreich jetzt. Jups. Das passt genau. So, 100% muss ich sein. Muss ich mal schauen, ob da jetzt Kalkraut ist. Das wäre ganz wichtig. So, die Ecke noch machen. Aber das können wir auch hinterher machen oder sind tragisch. Die andere Wiese ist ein bisschen blöder. Von der Form her. So, das kann man noch ein bisschen ausreizen. So, das kann man noch ein bisschen ausreizen. Groß. Die Ecke. So, das ist mir egal. Die Ecke noch her. Dann ist das gut. So. So. Und zur nächsten. Arbeit. Zeit. Zeit. Neun. Warte. Normaler. Ist auch nicht. So. Hier ist das. Runde. Mal schauen, ob wir den kriegen. Erstmal. Mal nicht probieren. Kurs löschen. Schnell. Habe ich dran gestellt. Gut. Das machen wir ein bisschen schmaler. Feld 27. vorgewänder war enges feld jetzt neu war ganz schön knapp macht ja das ist okay so anführungszeiten Geht nie anders, beim rückwärts fahren ist schon ein bisschen blöd und wenn wir ihn auf weich nehmen, dann gucken wir ob weich anders wäre. Weich, jetzt mal weich, wäre ein Versuch wert, ne? Klappt kommt eine andere Frage. Wird ein bisschen besser. Wir speichern den mal ab. Das war 27. 25. 25. Ich geh nicht. Pf. Höger. Hier. Kilometer. Beichern. Dann fahrereinstellen. Die Hauptsache, er fährt nicht rückwärts, dann geht das. Rückwärts fahren, bleibt schuppen, das ist aber ungünstig. Okay. Strohverkauf läuft. Dann können wir uns hier um die Aussaat kümmern. Krass haben wir eingestellt. Wir werden mal den Auto kurz löschen. Flussgenerierung. 21. Rundherum. Machen wir vier. Weich. Probier mal weich. Weich. So. Vier. Gucken wie er aussieht. Mit vier. Mit vier kommen wir gut hin. Den speichern wir aber auch ab. In klassen. Aber wir könnenén Knassen. sonst Smartphone. Ja, aus. Speichern. Einstern. Mir ganz wichtig, falls es nicht geschafft wird in der jetzigen Folge, bevor ich ausgehe, dass wir da in der weiteren Folge entsprechend weitermachen können. Und aus. Wie gesagt, wenn ich kalt werden sollte, müsste, dann geht es auch zur Not. Ja, das macht ja ganz gut. So, die Aussaat läuft. Gut für H-Scharf, ne? Oh, drei. Gut. Ich sehe, das bleibt hier. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ich muss aber nicht folgen erzählen. Die genaue Folgen, man weiß nicht, was in den Kopf kommt. Das mache ich ja auch noch ein paar Arbeiten. So, die Wiese wird ausgesehen. Die neue. Schauen wir gleich nach, ob da noch Kalk drauf muss. Das hat meistens das Gefühl, dass es so ist. Jups, Kalk muss auch noch drauf. Gut, nicht so tragisch. Dann wirsten wir, was wir machen müssen. Später im Verlauf, dass wir auf die 1 und die 13 aufkalken müssen. Das ist kein Problem. Aber da können wir schon mal den Kalk... Äh, Kalk, Kalk, den... Jetzt haben wir keinen freien Fahrzeug. Den wollen wir nicht nehmen. Das ist für Sargut. Das ist der Metrische. Ne, haben wir keinen frei. Obwohl... Der Weg dann wieder neben, ne? Zieh kann er nicht. So, wenn wir den Kalken fitten. Wenn wir den Kalken fNB fNNB fNNNedieren können, wenn wir es um Kalken fNNWEE nachfNwEE nach. Das ist eine Mohle. Das ist sehr gut. Ich habe einen Kalken fNB verkieht. En Wreаков, wenn wir ausgenommen werden, So, ab zur neuen Wiese, der alten Wiese, können wir den Koffer aufmachen, so, X aufklappen, auf geht's, Kalk geht's rauf, am spätesten am Backschluss ist er sowieso weg, gedüngt ist es, zu 150% Zeit, so, liebe Freunde, das soll's für die heutigen Folge gewesen sein, hier kommt, was hat euch gefallen, du hattest mich über ein Like freuen, auch gerne über ein Abo, ansonsten hoffe ich auch, dass wir uns wiedersehen zu der weiteren Folge, dann sage ich tschüss und winke, bis denne, tschaui.